Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über neue Aussagen des bekannten Finanzanalysten und Bestsellerautors, Harry Dent. In einem Interview warnt er vor einem bevorstehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch, der seiner Meinung nach die schlimmste wirtschaftliche Katastrophe aller Zeiten sein könnte. In Anbetracht seiner Erfolgsbilanz und seiner Kompetenz bei Wirtschaftsprognosen könnten uns also schon bald harte Zeiten bevorstehen. Die große Frage ist nur noch, liegt er mit seinen Prognosen erneut richtig? Bleibt also unbedingt dran und hört, was Harry Dent diesmal prophezeit. Harry Dent sagte folgendes. Dies ist meine letzte Warnung, wenn Sie jemals Ihre Freunde und Verwandten darauf aufmerksam machen wollen, dann sollten Sie das spätestens jetzt tun. Das, was bald passieren wird, ist absolut einzigartig in der Geschichte. Jeder da draußen sagt zwar, dass wir bald eine tiefe Korrektur erleben werden, aber tatsächlich haben die Zentralbanken nichts mehr unter Kontrolle. Die Zentralbanken werden niemals sagen, dass uns einer der schlimmsten Abstürze der Geschichte bevorsteht. Alles deutet darauf hin, dass wir den Höchststand erreicht haben und dass es nun bergab gehen wird. Ich wiederhole nochmal, dies ist keine weitere Korrektur. Wir haben bereits im vergangenen Jahr den ersten Absturz dieser Blase erlebt, die sich seit 2009 immer weiter ausgedehnt hat. Und wissen Sie, die Zentralbanken zeigten uns wieder und wieder, dass sie bereit sind endlos Geld zu drucken, was sie auch taten, bis sie es übertrieben haben und schließlich ihre Geldpolitik etwas straffen mussten. Doch die Ereignisse im letzten Jahr reichten schon aus, um die Märkte in Angst und Schrecken zu versetzen, weil sie seit 2009 nur noch auf Stimulierung setzten. Wir sollten nicht vergessen, was bei der letzten Krise geschah. Der ganze Boom von damals bis Ende 2007. Ich war derjenige, der vorausgesagt hatte, dass die früheste Babyboom-Generation den größten Boom der Geschichte erlebt. Danach war es vorbei. 2008 kam dann ein schwerer Absturz. Es sah aus wie 1930, wie die nächste große Depression und das aus gutem Grund. Genau das hat die Zentralbanken in Panik versetzt und seitdem drucken sie wie verrückt Geld. Letztes Jahr war besonders wichtig, weil wir endlich den ersten Crash hatten. Bedenken Sie bitte, ich habe alle Crashs der letzten paar hundert Jahre studiert, seit es Aktienmärkte gibt. Dabei wird eins klar, dass eine Blase erst dann platzt, wenn es zu einem schnellen Absturz von mindestens 28 Prozent kommt, im Durchschnitt sind es sogar eher 40 Prozent. Und im Juni 2022 ist die Nestec um 34 Prozent gefallen. Die Tatsache, dass der Kurs noch weiter gesunken ist, nämlich um 38 Prozent, bestätigt dies nur noch mehr. Ich bin auch äußerst besorgt, denn es gibt noch immer Leute, die ich kenne, die Positionen haben und absolut keine Ahnung, was uns bevorsteht. Denn nun ist es an der Zeit, sich wieder ernsthaft mit dem Ausstieg aus Risikoanlagen zu beschäftigen. Sie müssen sich also ernsthaft darum bemühen, jetzt extrem defensiv zu sein. Sie haben wahrscheinlich auch Verwandte und Freunde, die das alles nicht ernst nehmen, sie müssen sie jetzt eindringlich warnen. Rückwirkend werden wir feststellen, wie die Kurse wellenartig immer wieder neue Tiefs erreichen werden. Aktuell stehen wir kurz vor Beginn der größeren und wahrscheinlich heftigeren dritten Welle, und diese wird die Menschen am stärksten treffen. Wenn die Leute in ein paar Monaten aufwachen und sagen, ich hätte verkaufen sollen, wird es schon zu spät sein. Diese Welle wird uns 54 bis 60 Prozent vom Höchststand abwärts bringen, statt 34 Prozent wie bei der Nestec. Also noch einmal, das ist die letzte Warnung, die ganze Situation ist völlig außer Kontrolle. Im Nachhinein betrachtet hätten wir im Jahr 2000 die Märkte länger und härter abstürzen lassen sollen. Aber die Zentralbanken haben das immer wieder verhindert. Sie haben es mehr und länger hinaus gezögert, als sich oder irgendjemand sonst es jemals hätte vorausgesagt. Es wurde einfach überreagiert, und das ist auch der Grund, warum sie schließlich die Geldpolitik wieder straffen mussten, sie hatten jetzt einfach keine andere Wahl mehr. Und sie denken, dass die Wirtschaft stark ist, aber der Schein trügt. Ich bin auch der Meinung, dass die Wirtschaft und die Aktien nicht darauf reagieren werden. Alles, was wir brauchen, ist ein deutlicher Absturz auf neue Tiefststände. Wir brauchen diese Krise. Auch für mich ist das eine extreme Blase. Vielleicht denken Sie, es geht noch drei oder vier oder fünf Monate weiter, aber nein, ich empfehle Ihnen, steigen Sie jetzt aus. Meine Untersuchungen zeigen zu 100 Prozent, dass beim Platzen einer solchen Blase die Kurse 40 bis 50 Prozent in den ersten zwei bis zweieinhalb Monaten einbrechen. Wenn Sie abwarten, wird es passieren, bevor Sie gehandelt haben. Und dann werden Sie in Panik geraten und verkaufen, anschließend wird es wieder etwas aufwärts gehen, und Sie werden wie ein doppelter Idiot dastehen. Meine Berechnungen sind sehr kompliziert, doch der nächste Absturz wird über 54 Prozent liegen. Wenn dieser Absturz kommt, dann wird Chaos ausbrechen, und die Leute werden das Vertrauen in diesen Markt verlieren. Stellen Sie sich vor, der S&P fällt in zwei Monaten um mindestens 54 Prozent. Denken Sie ernsthaft, dass irgendjemand dann noch glaubt, die drucken einfach wieder Geld und wir werden schon schnell wieder zu alten Höchstständen kommen? Ich versichere Ihnen, Sie werden nicht erleben, dass dieser Markt zurückkommt. Die Leute müssen einfach begreifen, dass die Babyboomer den Höhepunkt ihrer Ausgaben erreicht haben. Ende 2007 erreichte der Aktienmarkt seinen Höhepunkt, und wir gerieten in die erste tiefe Rezession seit den frühen 80er Jahren. Und dann drehten die Federal Reserve und die Zentralbanken einfach durch. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren mehr Geld gedruckt als in all den Jahren davor. Sie machen also exponentiell immer mehr. All das ist nichts anderes, als der verzweifelte Versuch diese Blase irgendwie aufrecht zu erhalten. Wenn man sich in dieser Phase befindet, wird es umso schwerer eine Prognose über den weiteren Verlauf zu erstellen. Ich konnte damals den Höchststand von 2007 so genau vorhersagen, weil ich innerhalb einiger Monate genau bestimmen konnte, wann der Babyboom seinen Höhepunkt erreichen und die Dynamik nach unten gehen würde. Aber das hier ist nur eine Blase, die sich immer weiter aufbläht, bis sie platzt. Ich schaue jetzt buchstäblich mehr auf Chartmuster und solche Dinge, um zu sehen, wann die Blase zu platzen droht. Die Sache ist also sehr heikel. Baron Rothschild, der reichste Mann Europas um 1800 sagte einmal, was ist das Geheimnis meines Erfolgs? Ich bin immer ein bisschen früher ausgestiegen. Und das ist es, was auch ich sage, man muss früh aussteigen. Und was denkt ihr? Liegt Harry Dent mit seinen Prognosen wieder einmal richtig? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020